Okay, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play bei FW4 Multiplayer-Modus. Wir machen die Rückrunde von Rush. Mit wir meine ich einmal den Jay. Und den Pete. Jawollstens. Alter, was sind das für krasse Wellen. Im Reckon-Modus bin, wenn ich jetzt wieder scharfschütze, aber ich glaube, ich mache gerade einen Riesenfehler und werde zurückgelassen von all meinen Kollegen. Warte, warte. Warte. Ja. Okay, perfekt. Go, go. Alter. Achso, ja stimmt. Der erste Punkt war ja... Wo ist der denn? Der liegt ja auf einem kaputten Boot oder was? Alter, das ist ja crazy. Alter, wenn du jetzt hier in dem Mini sitzt, dann bist du aber echt eine geile Sau. Warum zur Helle will man denn ein kaputtes Boot in die Luft sprengen? Frage ich mich gerade. Das ist in der Tat eine verdammt gute Frage, muss ich ganz einfach mal sagen. Autsch, Autsch, Autsch. Und wir werden sterben. Sehr gut, ich bin im Wasser. Kann man, kann man, aber man kann nicht... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ne, ich konnte nicht schießen, ich wurde eiskalt weggeschnitten. Ich auch, ich stand da schön. Penner. Kann man denn irgendwie vom Boot aus oder was auch immer da, was da ist, Snipern? US. Keine Ahnung. Ich glaube, du brauchst hier definitiv den Heli, um irgendwas zu heißen. Oh scheiße, jetzt muss ich doch wieder so den weiten Weg gehen. Oh, ich hasse mein Leben, ey. Ich bin hinter dir. Folge ich dir mal, du kennst den ja schon. Ja, zerleg ruhig unser Boot. Alter, wie? Gibt's hier keinen Fahrstuhl? Ne, das ist echt scheiße. Weil der Heli ist schon weggeflogen. Das ist jetzt natürlich ungünstig. 500 Meter? Das sind 500 Meter, das kriegen wir hin. Und jetzt kann man auch mal Snipern. Kann man auch 500 direkt einstellen? Oder vielleicht sind es dann nur noch 400? Sind, glaube ich, dann nur 400. So, dann wäre ich jetzt gesnipert, was da Zeug hält, würde ich sagen. So sieht das aus. So, äh, wirklich genau 400 Meter. Dann stelle ich mal V ein. Klick mal T. Klick nochmal T. Ne, das war ein Fehler. So, jetzt markieren wir mal eine Runde. Wie viele da sitzen? Und warten, bis sich einer nicht bewegt. So wie der da, weißt du jetzt mal so. Ah, doch. Feuerschutzhilfe. Ich will töten, nicht Feuerschutzhilfe haben. Die bewegen sich alle, die Schweine. Ohne Scheiß. Ja, das war ein bisschen mehr als 400 Meter. Das ist total easy. Nicht. Voll daneben. Ja, das ist echt nicht so einfach. Du meinst, wenn du da einen triffst, es gibt Punkte. Aber man sieht schon krass, wie der, wie der, äh, runter geht da. Oh ja. Ey, wir werden auch gesnipert. Die schießt noch zurück. Wo denn? Da, wo die meiner hinschießt. Haha, ich hab den getroffen. Wie viele Punkte? Ich hab ihn nicht getötet. Alter. Ich treffe nix. Ist nicht schlecht. Hm. Immer dann, wenn ich einmal kurz ruhig stehen seh, bewegt er sich wieder. Sichtungsbonus, wow. Was zur Hölle macht denn da unten? 582 hab ich beispielsweise jetzt. einkillt bekommen. Äh, jetzt musst du dir am laufenden Band treffen, mal. Dann kriegst du richtig Cash. Hahaha, noch einkillt. Ich bin so schlecht. Also, da sind doch auch viele. Ich kann mich auch überhaupt nicht entscheiden. Ja, nur getroffen. Sterb doch mal, ey. Der letzte Mal hat die Maschine gespielt. Oh, jetzt bin ich zurückgesnipert. Naja. Ha! Getroffen! 534 Punkte, sehr gut. So, hätte ich mal hier wieder einen gekillt. Ey, scheiß du mal die Wand an. Nein, wir sind so nutzlos hier, ne? Ja, aber sowas von. Ey, du musst einmal nur Q drücken, hast direkt 10 markiert. Ah, ich hab den Schuss gesehen. Ah, der war leid. Ah, fuck den Schuss. Ah, da haben sie sich gerade bewegt. Ja, die Schweine. Ah, komm schon. Ach! Ach! Oh, man hat viel zu viel Schuss, ey. Da kann man viel zu viel. Es ist einfach nur... Oh, der, der, der ziel... Ah! Puh! Ah, fast. Mann! Wollah, wir haben auch eine Bombe platziert. Scheiß, die man an. Guck mal, rechts sind ein paar. Oh, ja. Alter, die bewegen sich viel zu sehr. Die Schweine. Ich wär... Boah, ich bin so sch... Also du bist auf jeden Fall der deutlich bessere Sniper gerade. Irgendwie geht unser Heli dauernd runter. Dabei ist der also ziemlich das Einzige, warum wir überhaupt gewinnen können. Ja. Sieht aber nicht gut aus gerade. Naja, irgendwie nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht, an wem das liegt. Ja, komm an uns beiden nur. Wir sind ja, ja, mein D, wir kosten ja nichts. Ja, das stimmt allerdings auch. Durch uns fehlt natürlich auch ein bisschen was. Ja, okay. Mag sein. Ach, da mit. Ach, scheiße, schossen. Nur, ich hab 8.1. Ich hab 1.0. Manche zweck. Ach, da mit. Bei 2. Ach, wir haben Anfang unterwegs gewesen. Haben wir das echt gemacht, oder was? Ich glaube schon. Alter, ohne Spaß. Nein, ist nichts für mich. Alles klar, erstmal den Heli nehmen. Verlegen? Ja, ich möchte mich verlegen. Wurdest du jetzt wegteleportiert? Ja, aber dann bist du auch gestorben. Ach so. Jetzt habe ich ein Ticket gekostet. Hübe mal den Heli mit. Ich komme, ich gehe mal rein. So, ich bin auf der rechten Seite des Helis. Ich will noch ein paar mehr Leute mitnehmen, ehrlich gesagt. Vielleicht kann uns ja noch jemand reparieren währenddessen, oder so. Dann bin ich jetzt auf der linken Seite und schieße mal ein bisschen. Du möchtest nicht jemand einsteigen von mich mitten hier vorne? Jawohl! Das war, glaube ich, nicht so gut. Da bin ich jetzt, glaube ich, gerade gestorben. Scheiße, ey. Ich glaube, ich will hier keinen einsteigen. Ich bin rausgeschossen worden, ne? Sehr gut. Ich werde die Spacken da jetzt wieder wechseln. Oh, hinter uns ist noch einer. What the fuck? Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Scheiße. Mann, wieso kriegen wir denn nicht eine bessere Heli? Eigentlich dürften wir gar keinen Heli mehr haben. Den hätten wir jetzt voll nutzen müssen. Echt? Echt nicht mehr. Oder? Ich weiß es nicht. Sehr hart. Leute, ich join und bin... Alter. Oh, ich habe eine Granate geworfen. Sehr klug, Jay. Ich dachte, hier unten wäre noch einer. Na, egal. Sechs fucking HP. Das sind wohl keiner mehr. Wollen wir uns doch mal wieder am Kampf beteiligen. Wie viele Meter sind wir? 300 Meter? Ach, das ist ja easy. 300 Meter. Das sind niemals 300 Meter. Nie im Leben, kleiner Peter. Alter, das ist deprimierend, ey. Guck mal, kann man wie in COD also sich so ein eigenes Bildchen machen, oder was? Ja, offenbar schon. Und alle machen irgendwie Penisse. Ja, irgendwie schon. Die Ekligen. Das müssen wir nicht töten. Irgendwie nicht. Das sieht schon schick aus. Die bewegen sich alle so Mongo-mäßig. Ach. 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 Ich bin gerade so gut geplaced. Geplaced. Ich habe mich hier ganz sneaky um die Ecke geversteckt. Oh. Der ist tot. Sehr gut. Ach komm, scheiß doch drauf, ey. Ich kriege hier ja nichts gebacken. Du hab'nys. Yo. Nein. Doch. Ein. Oh. Ich bin gerade rush. Feel the rush. Oh, feel the rush. Müsst du Bombe planten oder verteilen? Ja. Toll! Dabei war er zu gut am Anfang. Seid ihr gleich durch? Nee. Ah, nee. Man kann tauchen? Ja. Scheiß doch die Wanderei. Bombe ist scharf. Du kannst im Wasser auch deine zweite Waffe ziehen. Die schießen gar nicht. Darum kannst du mit Y, by the way. Kannst du mir auch joinen, ich bin gerade auf der Insel. Ich bin nicht tot. Ich bin immer noch im Sniper, ich verstehe. Aber ich bin auch auf der Insel mit meinem Snipergewehr. Und wir müssen jetzt hier für Recht und Ordnung sorgen, wie der dunkle Ritter. Hallo, ich bin im Let's Play. J, auf mit der Scheiße, ich will gerade Leute töten. Okay. Scheiße. Oh, oh, da kommt einer. Okay, da. Peter, mal wieder unmissverständlich gesagt, J, geh mir nicht auf den Sack. Der rette mich! Der rette mich! Ah! Alter, ich pläte dir die Bombe. Okay, das muss ich dir. Der Zeit für dich. Nee, ist ja richtig. Das ist absolut korrekt. Nein! Storben! Vielleicht sind wir doch gleich durch. Ja, wo bin ich denn jetzt hier gespawrt? Was ist das für eine Scheiße? Oh, what the fuck! Oh, what the fuck! Juhu! Ich kann sein! Oh! Oh! Das ist sehr ungesund. Okay, Alpha scheint tot zu sein. Das wird ich nicht überleben. Brosateur ist dein... Brosateur! Brosateur ist deinem Server beigetreten. Was?! Scheiße! Beim Essen lief gerade noch schön 21 im Fernsehen. Was lief im Fernsehen? 21. Ich weiß gar nicht jetzt gerade, was er deshalb gesagt hat. Film über Kartenzählen beim Blackjack mit Kevin Spacey. Also. So, da sind wir! Was seid ihr für ein Team? Das Angreifer-Team! Team Awesomeness! Okay. Da muss ich mich leider daran machen. Na, ist glaube ich nicht so schwer zur Zeit. Peter ist ein unnützter Sniper. Am Arsch! Ich bin hier an der Bombe und plätze ich jetzt gleich. Okay. Wie gesagt, Peter ist ein unnützter Sniper. Der, äh, deutlich mehr Punkte hat als Jay. Ja, bei mir ist schon wenigstens eine Bombe durchgegangen. Alter, Vater, ey, die Boote hier, äh, 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 ähm, wie heißt die noch? Parasel Storm oder so, ne? Die Map heißt Pete, ist ein Noob. Sniper. Ja, genau! Ach, leck mich doch! Du mit deinem Purple Penis da, ey. Bananenheld. Oh Mann, ey. Wir verlieren gerade Hatsch, ey. Streng ich mir ein bisschen an, bitte. Okay, Giralimo! 30 Meter! 20 Meter! Okay, ich kann nicht mehr hin. Wieso habe ich jetzt verloren? What the fuck? Ja, Noob Chris. Jetzt bin ich geswitcht worden? Auf den letzten Noob please lief. Noob, Noob, Chris, learn to play. Das ist ja auch gut. Da muss ich wenigstens das Team, der ich nicht wechseln. so, erste neue Sniper freigeschaltet, die RFB, zweite neue Sniper freigeschaltet, die M40A5 die erste ist keine wirkliche Sniper das ist so eine Einschuss oder Schnellschusswurm also so, die finde ich eigentlich ziemlich geil so eine Automatikwaffe oder was? die macht nicht Damage ja, muss ich mir dann nochmal angucken, weil das kann ich mir ja hier jetzt gerade nicht, ne, doch Freischaltung Objekt Objekt? also wir haben nur verloren wegen Browser 0,2 und 0 Punkte oh nein, nicht verlassen hat er Johnny denn geschafft? 7,9 und 2.700 Punkte Mann, Mann, Mann ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal, haut rein Leute